Da bin ich nochmal, jetzt haben wir 9 Uhr und 6 Uhr am 23.7 Uhr, hat den Geigerzahn noch nicht bewegt, wie man hoffentlich sieht, die Sonne kommt immer noch von da oben. Und jetzt haben wir hier schon mit Rückenwind empfangen, wie ich gerade merke, sind das, jetzt schon 5 Milliarden. Also, okay, ich schalte, und ich möchte mich mal so eine halbe Stunde wieder mit dem nächsten Quickie. Habt sich wohl, mit herzlichen Grüßen zum Kopfkissen-Füße.